Jo, ich und geh einfach gehen und geh von hinten und gleich hinten und hinten. Oh Gott, da sind die großen Skilette. Okay, dann leg ich mal mein Symbol. Bist du da noch? Ja, ich bin noch da, ich warte hier. Ich leg's ein Stück auf der Schräge. Also nicht direkt beim Feuer, sondern... Ja. Sollte man aber vom Feuer aussehen. Hier müsste das dann an der Spawn. Jo, sofort gespawnt. Ich liebe das, wenn das sofort funktioniert. Scheiß mal, wir haben hier mal halbe Stunde bis Stunde... Ich auch schon, du wirst gerufen. Deshalb trinke ich, was? Hm. Nom nom nom. Hallo Team Quarz. Hallo. So, und dann einfach da draußen an der Seite. Jetzt würde mich aber noch mal ganz kurz interessieren. Warte mal ganz kurz eine Sekunde. Ähm... Bist du hin? Ähm... Ja. Ach, du bist schon da runter, okay. Siehst du das Licht, wenn ich das so mach? Ne, ne. Okay, das siehst du auch nicht. Jetzt müssen wir hier... Pass auf, jetzt kommen hier drei Hunde, die wollen wir nicht pullen. Wir laufen einfach vorbei. Hier kommt glaube ich... Ne, hier kommt nicht mal mehr ein Hund, gegen den man kämpfen muss. Hier kommt glaube ich gar nichts mehr. Hier kann man inversiert werden, habe ich mir sagen lassen. Echt? Ja. Okay. Wenn du den Gang weiter gehst und nicht gleich in die Hölle rein. Dann testen wir einfach mal. Ich will da bei denen... Hier ist so ein Hund drin. Jo. Follow den Leeroy. Oh, oh, oh. Sieht gefährlich aus. Du musst aufpassen, der hat ähm... So eine Schutzattacke. Okay. Und dem seine Angriffe machen Magie. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die gehen auch durch den Block, also musst du ein bisschen aufpassen. Ja, durchgesehen. Woah. Oh, oh, oh. Pass auf. Zack. Oh, da hat er richtig schaden. Der war noch gefährlich. Der war wirklich nicht gefährlich. Gib der mir. Oh, ne Menge Seelen. 21.000. Aber der war auch stark. Menschlichkeit erhalten. Und nochmal 2 Menschlichkeiten. Sangn,6k,9k,9k. Grunt und... Ah, hier bekommt man den Grunt. Das ist diese Waffe hier. Das ist diese... Entschuldigung. Gesundheit. Entschuldigung. Das ist diese Kolben hier. Boom. Kann ich aber absolut nicht benutzen, weil meine Werte nicht annähernd stimmen. So, wo ist mein Blitzspiel wieder? Blitz-Ishigatana. Weiter geht's. Dann wird ab jetzt, glaube ich, jeden Tag ein Dark Souls... Oh Gott. Oh Gott. Das war blöd von mir. Absolut vergessen, dass die Teile hier kommen. Dann wird, glaube ich, ab jetzt jeden Tag ein Dark Souls-Video kommen, damit wir irgendwann Dark Souls-2 anfangen können. So schwierig. Oder ich glaube, das ist wirklich ein 1-1-2-4-2. Musst du wissen. Oh Gott, oh Gott. Ich hab den gesehen. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Da sind noch so ein paar... Okay. Äh, Armtürme. Diese Armtürme machen extrem viel Schaden. Oh ja. Ich hab jetzt sogar einen Feuerball gewastet. Oh Gott, jetzt kommt... Jetzt wird's gefähr... Durchlaufen? Ich lauf durch, ja. Ich fixe auch schon die Waffe auf meine Feuerzauber. Damit ich die einfach 1-Hit-Töten kann. Sag, der ist tot. Der ist tot. Ich hab ja auch zwei getötet. Warte, hier unten muss noch einer sein. Ich hab zwei unten getötet. Okay, jetzt sind dann alle... Hier? Ne, ich hör hier, glaub ich, einfach mal an. Jetzt kann ich das hier unten mal zeigen. Hier unten sollten jetzt so kleine Skelette spawnen. Genau diese hier. Bei denen die Sterne 1-Hit. Und wenn man den Schlangenring anzieht und ganz viel Menschlichkeit aktiv hat, dann droppen die fast zu 100 oder zu 50% einer Menschlichkeit. Das ist einer der beliebtesten Farmspots. Und die respawnen halt immer wieder, weil die werden sich... Die verlegen sich hier automatisch wieder. Ich hab das immer so gemacht. Ich hab eine Attacke genommen, oder eine Waffe genommen, die so einen ganz Rundumschlag hat. Und damit konnte man die dann extrem in einer hohen Frequenz fahren. Gibt allerdings einen Nachteil. Die machen Toxingift. Okay. Also wenn du dich von denen mal treffen lässt, dann stacken die Toxin hoch. Ja, das stimmt. Aber da kann man zum Beispiel das Schlangen... Ne, das Spinnenschild nehmen. Das mach ich nicht in den Gift. Oder so gut wie immun. Also dann schaffen wir das einfach nicht hoch zu stricken. Wir droppen jetzt hier nichts. Aber ich hab's auch nicht aktiv. Und man bekommt auch ein paar Seelen. Also man farmt auch immer wieder Seelen hier. Mit meinem Main hab ich hier immer gefahren. Aber wir gehen jetzt mal weiter. Denn jetzt kommt... Der Lord, der Finsternis. Ähm, Moment noch kurz. Hast du die Waffe eingesammelt? Ähm, ne? Welche? Oder, ne, es war eine Scholle, glaube ich. Liegt hier noch rum. Da vorne liegt was. Ja, aber das ist jetzt nicht schlimm. Dark Souls 2 wartet nämlich auf. Ja, genau. Hier kann man nämlich runterspringen und da drinnen ist was. Achso, stimmt. Naja. Mach mal. Unwichtig. Jetzt gucken wir, wir haben jetzt schon wieder 1,5 Stunden Aufnahme. Wir wollen Dark Souls... Oh, jetzt. Ich glaub hier bekommen wir sogar Falldamage, ne? Ja. Hier. Stehen wir jetzt dem vierten Fürsten gegenüber. Wer meiner Meinung nach sogar das schwerste ist von allen. Echt? Ja. Weil wenn du nicht unbedingt Magier bist, ist es extrem schwer gegen ihn zu kämpfen. Findest du? Ja, weil der stackt die ganzen Skelette hoch. Ähm, ach, haha, da kennst du den tollen Trick noch gar nicht. Welchen? Ähm, lass mich gleich mal so ein Skelett töten. Das steht nicht auf. Okay. Du brauchst eine Waffe mit Heiligschaden dafür. Okay, hab ich gar nicht. Äh, ich hab eine. Und die macht's noch nicht viel Schaden. Aber wenn ich, äh, die Dame töte, dann gehen die eben nicht mehr auf. Okay. Das hat, oh Gott. Bist du nicht mehr getroffen? Ja. Ja. Weil wenn ich die töten würde, würden die durchgehend immer wieder aufstehen und die nerven einfach nicht. Dann hast du sie leider getötet, weil ich mach halt, wie gesagt, keinen Schaden damit. Okay. Oh Gott, der hat mich wieder getroffen. Der dürfte schon mal weg sein. Okay. Der hier sollte auch gleich. So, jetzt sollte der nicht mehr. Nee, jetzt hast du ihn getötet, glaube ich. Nee, ich hab ihn nicht getötet. Okay. Aber ich mein, jetzt Schaden gegen Nito. Und dann ist nämlich jetzt Nito auch schon wieder kein Problem mehr. Ja. Also Nito ist wirklich, doch, einer ist wieder aufgestimmt. Aber ich hab den nicht getötet. Dann hast du den getötet. Bittet den gleich nochmal. Wo ist er denn? Heute steht Nito drin. Achso. Schön ausgewichen. Zack, zack, zack. Und noch einmal, und noch einmal, und noch. Nein, ich hab keine Magie mehr. Oh Gott. Oh, das hat gesessen. Das hat wirklich schon so, aber nicht so viel. Aber ist noch gut. Jo ist tot. Amen. Also schwer war der jetzt nicht. Vor allem durch diese Waffe von mir. Das Schlimmste war für mich immer nur diese kleinen Viecher, die dich immer nebenbei angreifen. Und auch die vierte Fürstenseele. Wollen wir eigentlich einen Endboss jeder einzeln machen, oder machen wir den zusammen? Äh, wie du möchtest. Ich mach ihn dann später alleine. Äh, wenn du willst, kann ich da noch bei dir mitgehen. Aber dann müssten wir halt jetzt nochmal Nito machen. Jo. Ja, dann lass ihm nochmal Nito machen. Ich will dann trotzdem den Boss einmal alleine machen. Und zwar, äh, hab ich in den Kommentaren gelesen, da haben die mich gefragt, ob wir den Endboss einzeln machen. Weil der angeblich stärker sein soll, finde ich jetzt nicht. Also bisher hatte ich noch nie Probleme mit dem. So, ich entfache. Soll ich dir eben auch noch helfen? Ich hab 26... Wie kannst du Level aufsteigen? Ein paar, zwei Stück, zwei Level könnte ich aufsteigen. Okay, dann mach ich das auch. Äh, wo gehen wir dann rein? Wir gehen ein bisschen... Vitalität. Was bist du dann für ein Level? Ich bin 74. Okay, dann bin ich auch 74. Ich hab 200.000 Seelen für's. Teleportieren. Ich muss... Katakomben der Giganten ist das, glaub ich, ne? Oder Archive-Disk? Äh, Katakomben der Giganten. Okay. Aber ich glaube, du bist jetzt am oberen Leuchtfeuer. Ja, aber dann hab ich einfach durch, sonst ist kein Problem. Ah. So. Das haben wir aktiviert. Jo, ja, ich bin am oberen, aber ich lauf schnell zu dir. Dann machen wir das. Das ist halt das Blöde. Man muss wirklich alles dann immer doppelt machen, wenn man zusammen... Oh Gott, nein. Ich hatte einen Hund erwischt. Ich hatte einen Hund zweimal erwischt. Hier kann man schnell einmal heilen. So, boah. Ich hab grad... Ich mach hier grad das Risky-Action Nummer 1. Risky-Action Nummer 1. Schnell hier hin zum Lagerfeuer, bevor der Hund kommt. Ich bin schon unten im Freien quasi. Okay. Ich komm einfach hin. Also, da kurz bevor der NPC ein... Jo. Das hier kann man eigentlich durchlaufen. Selbst wenn der Hund einen Akte zieht, der kommt hier, glaube ich, nicht nach unten. Ich bin jetzt da. Okay. Ich werde jetzt am besten am Höhlen-Eingang. Ähm, an der Leiter, oder? Nene, ne, ne. Äh, da wurde NPC in uns eben invasiert. Achso, okay. Ja, genau. Okay, mach. Da hab ich das gesetzt. Dann machen wir schnell nochmal den Boss. Ich seh dich auch schon. Durch deinen Trick war das jetzt nicht so schlimm. Du wirst gut... Und ich werde auch schon invasiert. Okay. Vom NPC oder von... Ja. Kleine Schild. Aber da ist kein Problem. Da kommst du und kriegst direkt ein paar Seelen, glaube ich. Ja. 21.000. Paladin, Leeroy wurde besiegt. Ach ja, genau. Du hast ein Schild bekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, wenn du dieses Schild anhast, dann regenerierst du ganz wenig Leben. Ja, das kenne ich. Ich fand ich aber ein bisschen nichts doof. Also halt, weiß nicht. Gut. Das kenne ich einfach untergesprungen. Leicht. Kannst du mich einmal heilen? Ja. Aber kurz. So. Ich hoffe, ich bin reich heute. Nee, passt. Dann darf ich gleich wieder durchlaufen. Leicht wieder oben. Dann ist sie dann unten. Oh. Soll ich heilen? Nein, wir müssen. Aber nur einmal kurz mitgenommen. Zweimal mit dem Plan. Drei Leute. Nein, einer ist nach unten. Da kommt man auf. Ich hoffe, dass ich den da unten noch herrisch. Hast du, dann hast du schon. Ja, den habe ich irgendwo. Oh, gut. Dann können wir auch, ach, da liegt was. Ah, ich habe so eine Maske bekommen von diesen Zauberern. Okay. Das weiß ich auch noch nicht. Was diese Masken bringt, die man anziehen kann. Ähm, die haben alle einen unterschiedlichen Bonus. Okay, das wusste ich gar nicht. Oh, hier ist noch einer. So. Ich gehe dann gleich komplett auf den Boss durch. Der hat, glaube ich, was gedroppt. Den hat gerade getötet. Nee, hat er nicht. Wir können durchgehen. Ähm. Bist du mich durch? Ja, ja. Und und? Ich muss nur kurz die Waffe noch mal was wussten. Kann ich die wieder nicht töten. Ich gehe schon mal einfach mal. Ja, ich kenne das schon. Wir kennen das alle schon. Oh mein Gott, diese Attacken, die der Torf wird. Äh, ich schaue mal, dass ich die Skelette dann töte. Ja, ich gehe einfach gehen und gehe von hinten und gleich mit hinten. Oh Gott, da sind die großen Skelette. Die hatten wir eben, glaube ich, gar nicht und die waren inaktiv bei uns. Die großen, die kommen, wenn du zu weit rausgehst aus dem Eck. Okay. Wow. Okay, du hast gerade die Skelette, glaube ich, getötet. Ja, das könnte sein, dass ich einfach nebenbei töte. Das tut mir dann leid. Es ist nicht so wild. Müssen halt dann ein paar Mal getötet werden. Ansonsten werde ich jetzt gleich auf den Boss mitgehen. Ich gehe einfach mit auf den Boss. Ja, ich töte die einfach mit. Meistens. Viel hat er nicht mehr. Oh. Und einer Angriff noch. Dann sterben die kleinen Viecher eh alle. Ja. Da fallen die alle um. Bei mir sind damals auch die großen, die da hinten waren, sind bei mir mit in den Kampf gegangen. Und das war so das Schwere an dem Boss. Weil ich habe nicht nur gegen die kleinen gleichzeitig gekämpft, sondern auch gegen die großen. Und die machen natürlich viel Schaden. Und die kann man nicht einfach mal so eben mit einer Feuerattack oder so niemals töten. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal eben schnell den Endgegner. Dann sollte ich das Spiel durchgespielt haben. Ich glaube, ich habe ein, zwei, drei Bosse. Drei Bosse habe ich glaube, ich habe noch nicht gemacht. Kalamid. Den Lord. Den Heiligen Lord da. Bei Anorondor. Sind die zwei, die mir jetzt einfallen? Kalamid. Ja gut, die Hydra könnte man jetzt noch als Boss und sehen. Unten ist da nochmal eine Hydra. Ja, okay, die Hydra. Aber sonst habe ich glaube ich alles gemacht. Vielleicht würde ich das später anfangen, das ja. Ein Video, wo ich später nachlesen kann. Ich bin echt, ich will dazu jetzt, ich kann nicht mehr warten. Ich könnte übrigens nochmal aufleveln, gell? Okay, wie viel? Ähm, müssten zwei nochmal sein, die ich machen könnte. Drei könnte ich sogar noch. Also ich könnte auf 77. Okay, dann mache ich gleich auch 77. Ich gehe jetzt runter. Ich überlege, jetzt kommt ja eigentlich glaube ich nicht viel. Jetzt kommen ja nur noch einzelne Silber-Dit und das war's, ne? Ist ja jetzt ein kleines Gebiet bis zum Boss. Ja, sind nur noch die Ritter. Weil dann laufe ich da sogar durch und glaube ich gar nicht gegen die zu kämpfen. Ähm, machen wir aufsteigen. 77 bin ich auch. Haben alle vier Fürsten. Sie bieten einmal unsere Fürstensälen dar. Wie hässlich ich aussehe. Axel ist ja manchmal wieder so ein Hissflon. Da öffnet sich das Tor. Ähm, ach ja gut. Ne, egal. Da sieht man schon der heilige Gang hier. Meine Lebensleistung, ne? Die gilt. Aber die musst du mal später im Video sehen, wie weit die schon oben lang geht. Ich habe ja noch den einen Ring angezogen, dass ich mein Leben habe und alles. Soll ich mal die einzelnen Balken zählen, wie viel ich habe? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elfeinhalb Balken habe ich. Also die müsste man eigentlich, ja, ob man die besiegen muss oder nicht. Das sind ganz normale Silberditter, also die können jetzt nichts Besonderes. Da brauche ich eigentlich nichts zu besiegen. Sollte ich beim Boss sterben, müsste ich die dann immer wieder besiegen, weil die Res... Im Gegensatz zu den Silberdittern bisher Respawn diese hier nach dem Tod. Deswegen umgehen wir die einfach. Geschickt. Als ob wir hier so einen Speedrun machen. Und davon sehen wir schon... Ja, den Durchgang zum allerletzten Gegner. Ich darf demnach das Lager vorher nicht anklicken, ne? Weil ich möchte ja noch Kalamiten zu besiegen. Ich glaube, wenn ich das einmal anklicke, dann ist es vorbei. Dann fängt das New Game an. Asche fürs Gewinn. Jetzt müssen wir aufpassen. Der ist schnell, der ist schnell. Aber das ist seine Schwäche. Oh ja. Diese Attacke macht extrem viel Schaden. Der versucht uns in die Hand zu nehmen. Ah, ist schön ausgewichen. Da war der... Oh je, je, je. Hat ein Feuerschwert. Aber gegen uns... Oh Gott. Na komm, na komm. Na komm. Wir haben Hilfe live. Er hat weniger als Hilfe. Ich weiß, bei dem ist es kaum möglich... Oh Gott. Na komm, na komm, na komm. Bei dem ist es kaum möglich, einen Heiltrank zu benutzen. Weil der einfach extrem... Ja, das ist doch schon cool. Aber wie gesagt, so als Magier ist er nicht besonders stark. Auch als Nachkampfer finde ich den nicht stark. Die einzige Sache, die bei dem ist, ähm... Es ist extrem schwer, bei dem Heiltrank zu benutzen. Somit haben wir die Seele von Asche fürs Gewinnen. Damit können wir uns, glaube ich, seine Waffe sogar schmien. Ich bin mir nicht sicher. Ich mein schon. Mein Herr, bless thy safe return. Let Karp und Frampt serve your highnesses. We are here to serve your highnesses. Sie stehen jetzt quasi vor dem Boss. Nimmst du sie auch? Jo Leute, endlich haben wir es geschafft. Wir haben Dark Souls 1 durchgespielt. Mir hat das Spiel super viel Spaß gemacht. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ein richtig geiles Spiel. Ich hoffe, euch hat das genauso sehr gefallen. Wenn ja, dann gebt doch bitte dem ganzen Projekt einen Daumen hoch oder kommentiert das Video. Und jetzt wird demnächst Dark Souls 2 Videos kommen. Ich werde sie im Livestream live spielen und ich denke, das Best-of bzw. alle Bosse und alle lustigen Stellen werde ich dann zusammenschneiden und auf YouTube hochladen. Also Leute, freut euch darauf. Auf viele Fails, weil das Dark Souls 2 werde ich blind spielen. Und wir sehen uns. Haut rein! Und jetzt wird uns über dieses Karol tard. Vielen Dank.